Dieser gebrauchte Ford Focus steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem blauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 16.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, ESP, Navigationssystem, Wegfahrsperre, Bordcomputer und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 125 PS an ein Sechsgang Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 16.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Die États-Güßung